Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns gemeinsam ein ganz spannendes Kapitel an, das man die Worttrennung nennt. Wir lernen dabei, wo man Worte trennen oder man sagt auch abteilen darf. Ganz einfach ist die Sache eigentlich bei zusammengesetzten Wörtern. Die kann man ganz einfach in ihre Einzelteile zerlegen. Also der Apfelbaum besteht ja aus Apfel und Baum und genau dort wird auch getrennt, wie zum Beispiel auch bei der Kaffeetasse. Kaffee und Tasse. Wenn das nicht möglich ist, dann trennen wir an den Silbengrenzen. Silben kannst du in einem Wort ganz einfach finden, indem du das Wort sprichst und dabei mitklatscht. Zum Beispiel Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Noch einmal. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Dieses Wort hat, hast du mitgezählt? Genau. Elf Silben. Und dabei gibt es jetzt nun einige Regeln, wenn wir an der Silbengrenze trennen, die wir beachten müssen. Also merke dir, erstens, ein einzelner Konsonant steht immer in der nächsten Zeile. Zum Beispiel Prozent teilst du ab. Prozent und Meinung. Genau. Wenn doppelte oder auch dreifache Konsonanten in einem Wort vorkommen, dann kommt immer der letzte Konsonant auf die neue Zeile. Zum Beispiel Zelle. Zelle. Le. Oder Händler. Farbrig. Und das gilt auch bei Doppel-S. Sess, sel. Und eines solltest du dir auch merken, Vokale dürfen nicht alleine in einer Zeile stehen. Die brauchen immer Begleitung. Feu, er. Und was du dir noch merken solltest, niemals trennen wir C, H, C, K, K, S, C, H, Sch, PH als F und TH als T. Denn diese Doppelkonsonanten werden als ein Laut gesprochen und deswegen bleiben die zusammen und werden nicht Zum Beispiel in Mädchen, Richtig, Glocke, Muschel oder Prophet. Trennen darfst du TZ, ST und PF. Wie zum Beispiel in Krapfen, in Russ, Tikal, in Mütze. So, das reicht erst einmal zu diesem Thema. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg.